Evan McMillan vergötterte seinen Vater. Er war nicht nur der Erbe eines großen Vermögens, er wusste auch, das Anwesen zu führen. Evan, der unter seiner starken Hand aufgewachsen war, leitete die Belegschaft nun mit harter Hand. Die Produktion war stets hoch, und das McMillan-Anwesen florierte unter der Führung des Vaters und des Sohns. Als sich Archie McMillans geistige Gesundheit langsam verschlechterte, beschützte ihn Evan vor den zahlreichen Leuten, die einen Teil des Vermögens haben wollten. Egal, was sein Vater von ihm verlangte, Evan tat es. Als Archie McMillan schließlich durchdrehte, wurde Evan zu seinem Vollstrecker bei dem, was als schlimmster Massenmord in die moderne Geschichte einging. Es konnte nie bewiesen werden, dass Evan über hundert Männer in die dunklen Tunnel führte, bevor er sie in die Luft springte und so ihr Schicksal besiegelte. Die Geschichte des McMillan-Anwesens ist eine Geschichte von Reichtum und Macht, die falsch genutzt wurden. Wie viele Vater und Sohn zum Opfer fielen, ist unbekannt. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, was aus Evan McMillan wurde. Sein Vater stellt ein weiteres ungelöstes Rätsel dar. Er wurde im Keller seines eigenen Lagers gefunden. Tod und verlassen. Evan ist 14 Jahre alt und weiß etwas, das sein Vater nicht weiß. Er findet diesen Gedanken sehr spannend, er fasziniert ihn, macht ihm Angst. Es gibt etwas, das sein Vater nicht weiß. Etwas, das der Besitzer, einer der profitabelsten Minen in ganz Seattle, nicht weiß. Sein Vater führt seine Arbeiter mit eiserner Faust. Nein, nicht mit eiserner Faust. Mit einem Schlagring. Er nennt sie Maden. Kriechende Maden. Es steht kurz davor, herauszufinden, dass er falsch liegt. Sie sind mehr als Maden, viel mehr. Sie sind Männer. Und Männer, die zusammenarbeiten, können Veränderungen bewirken. Einer dieser Männer bringt die anderen dazu, sich ihr Leben zurückzuerobern. Wenn sie zusammenhalten, können sie vielleicht, nur vielleicht, die Gewerkschaft ins Spiel bringen. Mit der Gewerkschaft werden sie Rechte haben, mehr als Rechte. Sie werden Würde haben, Freiheit, Zeit. Zeit, die sie mit ihren Freunden verbringen können. Zeit, die sie mit ihrer Familie verbringen können. Zeit, Mensch zu sein. Evan weiß etwas, das sein Vater nicht weiß. Und er spürt die Macht, die sich daraus ergibt. Evans Vater schleudert ihn zu Boden, bezeichnet ihn als schwach, sagt ihm, dass er aufhören soll, so nett zu den Maden zu sein, aufhören soll, mit ihnen zu sprechen, aufhören soll, ihnen zu helfen. Er soll sie auf Linie halten, ihren Willen brechen, ihnen zeigen, wer der Boss ist. Wenn du ihnen den kleinen Finger reißt, greifen sie nach der ganzen Hand, sie benutzen dich nur. Evan weiß genau, dass er darauf besser nichts entgegnet. Letztes Jahr, als er Schwäche zeigte, hatte ihm sein Vater einen Haken verpasst und ihm den Kiefer gebrochen. Dieses Jahr möchte er das Abendessen nicht wieder durch ein Strohhalm zu sich nehmen. Dieses Jahr hält er sich zurück, beißt sich auf die Zunge. Er möchte seinem Vater von der Gewerkschaft erzählen, tut es aber nicht. Er schämt sich. Er ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu seinem Vater und seinen Freunden. Bob, Tom, Jim. Sie haben mehr verdient. Evan schafft gerne Dinge aus nichts. Er ist kein Künstler, zeichnet aber gerne und versteckt seine Zeichnungen vor seinem Vater. Sein Vater verbietet das Zeichnen. Zeichnen ist etwas für Schwächlinge, Vagabunden, Zigeuner. Er will, dass Evan angemessene Dinge macht. Er schleift Evan zu seiner profitabelsten Miene mit. Er bringt ihm bei, wie man mit den Maden umspringt. Er wird dabei handgreiflich, sehr handgreiflich, ausfällig, gewalttätig, brutal. Der Schlüssel ist, ihren Willen zu brechen. Ihren Geist zu brechen. Ein gebrochener Mensch ist ein Werkzeug, das für alles eingesetzt werden kann. Gebrochen. Genau das hat er auch Evans Mutter angetan. Er tut es Evan an. Aber Evan zeichnet noch immer. Zeichnen ist sein Ungehorsam. Evan sieht zu, wie sein Vater einen seiner Arbeiter anschreit. Er ist krank, er möchte nach Hause. Aber er darf nicht. Wenn er geht, verliert er seinen Job. Evan hat Mitgefühl mit dem Mann, wünschte er, er könnte etwas für ihn tun. Er möchte ihm sagen, dass sich etwas ändern wird. Dass die Gewerkschaft kommt. Dass die Gewerkschaft kommt und gute Löhne und faire Arbeitszeiten durchsetzt. Aber die Lungen des Mannes sind schwarz, sein Magen ist zerfressen. Zu viel Stress, zu viel Säure, nicht genug Schlaf. Er bricht zusammen. Seinem Vater ist das egal. Tritt ihm in die Magengrube. Sagt Evan, dass er ihn aus der Mine herausziehen soll. Evan zieht ihn heraus. Einen Augenblick lang ist er von der Schwäche des Mannes angeekelt und will diese Made von ihrem Elend befreien. Er wird zu seinem Vater und er ist nicht sicher, ob das etwas Schlechtes ist. Evans Vater zwingt ihn dazu, in einem dunklen Wald eine Bärenfalle aufzustellen. Sein Vater ist ganz besessen davon, Bären zu jagen. Das war er schon immer und das wird er immer sein. Er erzählt ihm die Geschichte, immer dieselbe Geschichte. Er will sie nicht hören, muss aber. Sein Vater war mit seinem Bruder auf der Jagd, als sie auf einen Grizzlybären trafen. Der Bär riss Evans Onkel einen Arm ab und biss in seinen Kopf. Evans Vater sprang auf den Rücken des Grizzlybären, stach endlos auf ihn ein, tötete den Bären. Riss seinen Magen auf, um den Kopf seines Bruders herauszuholen. Er trug den verstümmelten Körper seines Bruders zehn Meilen bis zum Grundstück ihrer Familie. Dieses Mal sind es zehn Meilen. Letztes Mal waren es fünf. Sein Vater grinst. Die Geschichte verändert sich mit jeder Erzählung. Manchmal fragt Evans sich, ob es überhaupt einen Bären gegeben hat. Evan fühlt sich auf eine nie zuvor gekannte Weise inspiriert. Wild zeichnet er seinen Vater in einem Bärenkostüm, während er seinen Onkel umbringt. Er hat seinen Onkel nie getroffen, aber er hat Bilder gesehen. Sein Onkel war ein Philanthrop. Lob, sentimental, untreu. Er hätte das Geschäft mit ordentlichen Löhnen und diesem ganzen Sozialisten-Mist in den Ruin getrieben. Deshalb musste er verschwinden. Evan hat zwar keinen Beweis, ist sich aber sicher. Tief in seinem Inneren weiß er, dass sein Vater seinen Onkel ermordet hat. Ihn gefesselt hat. Ihn dem Bären überlassen hat. Es gab kein Messer. Keinen Kampf, keine Ehre. Nur einen schrecklichen Tod für einen untreuen Wurm. Evan vermutet all das. Und doch fühlt er sich nicht angewidert oder schämt sich deswegen. Er empfindet etwas anderes. Etwas, das er gar nicht empfinden möchte. Etwas, das er sich selbst nicht eingestehen will. Evan ist über das Bett seines Vaters gebeugt und sieht ihm beim Schlafen zu. Er hasst und liebt ihn zugleich. Manchmal fragt er sich, wie das Leben ohne ihn wäre. Er schuldet ihm so viel und doch fühlt er sich elend und einsam. Er hebt einen schweren, grauen Stein hoch und hält ihn eine lange Minute über seinem Kopf. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Er könnte frei sein, wirklich frei. Aber er kann nicht. Nicht so. Er könnte sich auch auf andere Weise befreien. Unfälle passieren nun mal. Jagdunfälle. Bergbauunfälle. Er könnte ihn in die Tiefen seiner Miene locken und eine Stange Dynamit zünden. Er hätte keine Überlebenschance. Doch trotz allem kann Evan das nicht. Seine Liebe überwiegt seinen Hass. Er schuldet ihm zu viel. Evan zeichnet seinen Vater in einem Bärenkostüm, während er gerade seine Mutter ertränkt. Die Geschichte seines Vaters hat er nie geglaubt. Irgendwas daran fühlte sich falsch an. Seine Augen, sein Grinsen, sein Mangel an Mitgefühl. Eine Strömung hatte sie erwischt und sie wurde nie wiedergesehen. Seine Mutter, sie war wunderschön, blondes Haar, blaue Augen, voller Leidenschaft. Genau das Gegenteil von ihm. Sie ging nicht einfach nur eines Tages zum Schwimmen und kehrte nie zurück. Sie war ihm in die Quere gekommen und niemand durfte ihm in die Quere kommen. Nicht einmal ein Mitglied der Familie. Vor allem kein Mitglied der Familie. Gehorsam oder Tod Evan ist den Gehorsam leid. Ja, er ist loyal gegenüber seinem Vater, aber er ist auch gegenüber seinen Freunden loyal. Sie sprechen mit ihm, ermutigen ihn, finden, dass er ein großer Künstler ist. Er hat Freunde. Er hatte niemals zuvor einen Freund gehabt. Sein Vater hatte es nicht erlaubt. Zeit, Zeitverschwendung, die nutzen dich nur aus. Ja, er ist seinem Vater gegenüber loyal, aber auch seinen Freunden gegenüber. Sie haben Besseres verdient. Evans Vater blickt ihn über den Esstisch hinweg an. Er weiß Bescheid. Vielleicht auch nicht, aber er spürt, dass etwas nicht stimmt. Er hat diesen Blick. Diesen Blick, der Evan sagt, dass er dran ist. Er kaut auf einem fettigen Stück Kaninchen und hofft, dass sein Vater nichts sagt. Er hätte ihm besser nichts verheimlicht. Sein Vater weiß Bescheid. Er weiß immer Bescheid. Letztes Jahr hatte Evan die Fassung verloren, als ein Mann etwas über seine Mutter gesagt hatte. Er hätte den Mann mit einem Kantholz fast zu Tode geprügelt, während sein Vater zusah und lachte. Beamten zogen Evan dann weg. Sein Vater hatte ihn angelächelt und gewusst, was Evan sich nicht eingestehen wollte. Er hatte es genossen, den Mann zu verprügeln. Nicht wegen der Beleidigung. Nicht, weil er sich bedroht gefühlt hatte. Sondern, weil er sich mächtig fühlte. Sein Vater hatte gelächelt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, hm? Evan findet seine Zeichnungen in Stücke gerissen vor. Er setzt die Stücke zusammen. Alle Zeichnungen sind vollständig vorhanden. Bis auf eine. Das Bild seiner ertrinkenden Mutter fehlt. Sein Vater betritt den Raum. Verzweiflung und Furcht überwältigen ihn. Er wartet auf den Schlag, der nicht kommt. Stattdessen sagt sein Vater ihm, dass er Instinkt besitze und das Instinkt alles sei. Er sagt ihm, dass er den Instinkt von seiner Linie der Familie geerbt habe. Derselbe Instinkt, der ihm gesagt hatte, dass Evan etwas vor ihm verbarg. Tu nicht so, ich weiß es. Ein paar deiner Madenfreunde haben dich für ein paar Dollar verkauft. Evan setzt zu seiner Antwort an, sagt aber nichts. Er kann nichts sagen. Die Worte sind ihm im Hals stecken geblieben. Er entschuldigt sich. Sein Vater sagt nichts. Geht davon. Evan folgt ihm in sein Schlafzimmer, wo er es sieht. Das Bild seiner sterbenden Mutter über dem Bett eingerahmt. Sein Vater sagt Evan, dass er morgen eine Lektion lernen wird. Eine, von der er hofft, dass er sie versteht. Evan starrt seinen Vater an und empfindet Hass, Hass auf die Maden, die ihn verraten haben. Und für seinen Vater empfindet er Respekt, nein, keinen Respekt. Bewunderung. Wir sind in der Umgebung. пропutet